. 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 Du bist doch nicht wirklich zum Tauchen hier, oder? Ja. Ich bin nicht zum Tauchen hier. Ich bin dann zum Wegtauchen. Aber richtig. Dann sind wir ja schon zu zweit. Gehst du, Scott? Ja, warum nicht? Na los, dann komm ran hier! Wenn ich abhauen würde, würde ich direkt unter den Turm gehen. Er sieht gar nichts. Nichts. Aber wer will denn da schon abhauen? Scheiße. Scheiße! Was machen wir jetzt? Ich rede mit ihm. Moin, 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 moin. Hey! Was macht ihr denn da? Ihr wollt doch nicht türmen. Wie kommst du denn da drauf, du? Ops! . Entschuldigung!